Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir mit der ExoCAD Software Eierschalenprovisorien herstellen können. Als nächstes soll dieser gleiche Prozess für den Zahn 3-5, also das Brückenglied, wiederholt werden. Soll besser. Und hier in diesem Bereich, ja ein kleines bisschen mehr können wir von Frontal kommen. Michael Anger.